Musik Es ist ja das siebte Mal, dass jetzt die Motorradsegnung stattgefunden hat, beim Heiligtum, im Schönstatt Heiligtum. Und heute ging es ums Originalsein. Und wir haben lauter Originale mitgebracht. Sowohl Maschinen als auch Fahrerinnen und Fahrer. In der Bibel ist oft der Segen mit dem Sehen. Segen und Sehen sind sehr oft verbunden. Und da ist die Bitte, dass Gott sieht, dass er ein Auge auf mich hat. Und nicht nur allgemein, und da glaube ich trifft sich das mit ihrem Motto, sondern für jeden, jede auch persönlich. Segen heißt, Gott hab mich im Blick. Lasset uns beten. Gott, du bist bei uns. Wenn der Weg zum Ziel wird, du schenkst uns die Freude am Fahren. Dich bitten wir. Wir bitten dich für alle, die heute hier zusammengekommen sind. Bewahre sie auf all ihren Wegen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, die im Straßenverkehr unterwegs sind. Gib ihnen Aufmerksamkeit füreinander. Und lass sie nicht zu Unfallopfern werden. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns.